Ganz nah am S-Bahnhof Zehlendorf, das Zeughaus. Hier gibt es Kleidung von Anabuzzi, einem Label aus dem Berliner Südwesten, das in der Region produziert und nur edle Naturmaterialien verwendet. Vegane Schuhe von San Miguel, einem mexikanischen Familienunternehmen. Könnt ihr euch mal schauen? Gerne. Das sind ja interessante Schuhe. Wir kommen aus Mexiko, aus einem Familienunternehmen. Sind super bequem, ich trage sie auch. Ich trage die hohen, obwohl ich selten hohe Schuhe trage, komme ich mit denen super zurecht. Also sind wirklich bequem. Sie sehen sehr gut aus. Ja, es gibt die verschiedenen Absätze. Ja. In diesen. Ach, das ist der, den sie anhört. Das ist der, genau. Dann den Blockabsatz. Und den flacheren. Ah, ja. Und nur ein ganz flacher. Aha. Das ist dieser. Dieser Absatz, der interessiert mich an der Stelle. Ja, welche Größe tragen Sie? 38. Gucken wir mal. Das ist 40, das wäre zu groß, dann schaue ich mal. Ja. Die Schuhe lassen sich gut mit Anabuzzi kombinieren. Sie haben ja schöne Farben. Sie haben ja schöne Farben. Oh, wow. Schön aus. Oh ja. Dies, Edel. Ja, sieht schick aus. Ja. Die Schuhe. Genau. Ja. Du bist noch nicht. Falls ist, da. Ich bin sehr. Aber ich bin sehr glücklich. Außerdem Pullover von die Strickerei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das Zeughaus hat montags bis freitags von 10.30 bis 18.30 geöffnet Und an Samstagen von 11 bis 16 Uhr Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017